Stein wär ja mal ne Option aber Auch Eimer Mehrere Eimer Wir haben kein Iron Matter Das wär geil stell dir mal vor Ne war ja nur ein Witz Mami nie schwach Jungen Boah was ist jetzt los Ich hab nen Mega Ruckler gehabt Vielleicht weil er grad gespeichert hat Die Mutti hat sich grad mal abgespeichert Oh Gott Mutti Was machst du für Sachen Mutti So F7 ist ja Hier doch ein bisschen witzlos eigentlich ne in diesem blöden Modpack Ich glaub es hängt nicht am Modpack Meinst du? Ja ich glaub es hängt einfach an Den Shadern und allem Meinte ich ja So das ist jetzt einfach nur mal so ne Also es muss jetzt hier kein Schönheitspreis gewinnen Energized Closedone Warum ist denn da Energized Closedone drin? Den hab ich für die Kabel gebraucht Ah da ist noch drin Der verhindert glaub ich grad Da ist mein Kann sein Dann muss das Ding einfach mal abreißen Abreißen Dann geh ich mal den Schlüssel Schlüssel gell? Ja bitte Ansonsten Ansonsten könnte es durchaus sein dass sich das Ding in wohlgefallen auflöst Das möchten wir ja nicht Nein Definitiv nicht So Was haben wir denn eigentlich hier hinten in der Kiste von unserem Ähm Was sind hier alle drin für den Scheiß Hier muss ich halt voll kloppen Ui Clay haben wir hier Aha Und Pete Und Dirt Auch ein bisschen was hier Ach guck mal hier ist hier Ey guck mal vor allen Dingen Hier ist Potzol drin Selber Potzol Ach du alte Potzol Unten in dem Äh wie heißt der Äh Der Slut Spoiler Der spuckt ja auch gewisse Sachen aus Okay So Wo müssen wir denn jetzt hier hin Ich brauche auf jeden Fall mehr wie einen Wir müssen hier rüber Hier auf jeden Fall Und Hier hin Auch noch Dings Okay Gut Aber dafür brauche ich mal vier Geht das oder geht das nicht Ich glaub das geht nicht ne Geht mir ein bisschen was Ne Geht mir ready Ich brauche langsam auch mal ein anderes Inventar Ich habe alles voll Ich bin noch um hin und her Hin und her Hin und her schieben hier Hm Das ist ja nicht mehr normal Aber was können die wegwerfen Ein Inwaner geht hierher kommen Den werbe ich nicht weg Da wird alles Sobald die Dinger fertig gebaut sind Dann lager ich alles ein weil ich habe Mach das Ah ne halt falsch Ah ne doch hat gebrannt Das muss doch gar nie so sind Doch muss es schon So Ja mei 6 Wie viel habe ich denn? Und ich brauche aber 8 bestimmt So Ja ich brauche 8 Ah noch mehr Redstone Noch mehr Redstone Junge Junge noch mehr Redstone Aber ich komme langsam auf die Zielgerade Hi Glaub ich Das ist schön Hier sind Ja genau hier ist es so Langsam komme ich auf die Zielgerade Sehr schön Burschi Hast du dieses Modpack schon mal gespielt oder ein ähnliches wo schon so viel Technik dran ist? Äh Na Ja Feed the Beast Monster mal Wer? Warum? Weil du halt schon wusstest was man alles braucht Ja Ja So einer der weiß sowas ne So ein Ich kenn mich halt ein bisschen aus Das ist halt ein Tier ne? Ich bin halt ein richter Tier 3 Gut dass ich dich gefragt habe ey Hier alleine wäre ich total am Arsch ey Hätte ich immer noch kein Haus oder so Wollte schon eins gestellt waren weißt du Das ist immer noch nichts Das wäre dir gleich am Anfang um die Ohren geflogen meinst du Direkt Direkt Worms Ja So dann müssen wir da hinten noch ein bisschen Configuration Hoffentlich hab genug dafür Wie ich es hasse Wollen wir nicht mal pennen Also wir sind jetzt bei einer Stunde sieben Wart mal grad Ja ja Ich will den Scheiß grad fertig bauen Ja ja ist ja gut So das geht raus Aber fehlt denn hier ist noch drauf Das geht raus Habe ich die nicht gebaut? Ne hab ich nicht Oh Wombi Der Typ ne? Alter kann klappen ey Der Typ ne? Der Typ ne? Gerade die einfachsten Dinge Ich hab keinen Platz mehr ne? Soll ich das richtig? Ja Wunderlich Haben wir irgendwo Glas? Äh Müsste vielleicht in der Kiste neben dem hier vorne sein Ich weiß ich würd einfach nur da reinlegen Aber ich glaub du hast achso du hast glaub ich drin aber auch was gebrannt noch Ich mein Glas wo ich das da zulegen kann Keine Ahnung Ich brauch es nicht mehr Okay Jetzt bin ich aber gleich wirklich soweit Ernsthaft? Gleich Geil Ach Scheiße Ah noch mehr Redstone Scheiße Mist war das Brucewood oder was war das jetzt? Oh zwei Buckets Immer alles wegwerfen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kein Platz dafür Baue ich halt 5 so Baust du halt 5 ne? Dann Jetzt aber Gut Wird eh wieder so bauen ne? Hier mal die Geh wieder hin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Oh das war die falschen Ok Nix passiert Ich hab nur die falschen reingelegt Mhm So 1 2 3 Und der 4 Scheiße das war Brucewood Ja ich wusste Wusste nicht Dann hätten wir die 4 mal Die 4 mal Schlafen Scheiße ey Haben wir Brucewood überhaupt im Lager? Sollten wir Wenn nicht ist hinten sau viel Ja das ist ja das Problem Ich hab es ja gerade hier Ach jetzt ist hier Brucewood drin Ok Halleluja 2 mal Harden Jetpack Reinforced Jetpack Ich kann endlich den ganzen Scheiß einlagern den ich hab Tschüss Oh wie gut Oh mir gehts grad Mega Das ist schön Komm her Komm her Wo? Da ist es Ernsthaft Hab ja nur ne Stunde 10 gebraucht Ja Geht ja eigentlich noch Müssen wir die Folge eigentlich am Stück raushauen Nee Oder? Nee Jetzt komm hinten auf Vorsicht Zombie hinter dir Was wärs gewesen? Ölter Motherfucker Ich hab mich den Scheißhörn das Film mitgenommen Jetzt Was denn? Wo das Ding hinhängen Ja los komm jetzt müssen wir das Ding hinten aufladen Ok warte 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 Ich komm hier Alter Wo ist denn das? Wo bist du denn? Hier Guck guck Hier Immer wie er immer hier sagt Wo denn? Hier man Du hast mich doch grad gesehen Oh ne wo? Ja ich bin ich Aber wo ist das Ding? Ja hier unten steht da Dieser Energetic Infuser Ok Jetpack in der Hand nehmen Rechtsklick machen Und dann das Ding hier in diesen blauen Dings legen Oh oh Ja Das reicht ja gar nicht Ne Und die Der hat halt nur einen Vorrat von 400.000 RF Ok Und jetzt lutscht er halt dementsprechend die ganzen Dinger leer Das dauert ja ewig bis wir beide volle Dinger haben Tja deswegen habe ich ja hier schon mal ein bisschen mehr Energie hingebaut Weil jetzt nuckelt der halt eben 1x3 die ganzen Magnetic Dynamos auch leer Was? Kann ich mal nur zum Viertel aufladen? Ne das reicht nicht Das dauert ja ewig Du verbrauchst ja ständig Energie Auch das Ding hat ja so einen Hover Mode Ja das dauert halt ein bisschen Ja ich mags Ich mags Ich weiß halt nicht ob wir Ob wir da eine Batterie zwischenschalten können Die dann die Energie puff hat Das wäre schon geil Schon geil Und dann halt so einen Burster raus drückt weißt du Ey Alter wir haben Schweine da hinten Wir haben alles hier Cool Wie zuhause Wie zuhause im Wohnzimmer Oh Ist schon schön Baut schon ewig Ja Hab noch nicht mal die Hälfte voll Nein Ja krass Gut Wie weißt du Ist das nächste Jetpack Ich kann ja doch ruhig wegschalten oder? Der lädt das in der Zeit Ja ja der lädt das in der Zeit Gut Jetzt brauchen wir ein Enterium Ingot Ah ja natürlich Und dann brauchen wir ein Redstone Und das Ding Kann dann fünfmal so viel Energie speichern Und zwar 10 Millionen Ich seh es 10 Millionen Gibt es natürlich noch ein besseres Ich meine unter 10 Millionen Weiß es nicht Ist doch nix Gibt doch glaube ich hier auch so eine Sachen Die unendlich Kapazität haben irgendwie ne Gibt noch ein Flux infused Jetplate 50 Millionen Das Ding kann erscheint auch fliegen Alter Was? Jetpack? Boah Jetplate heißt das Ding Ach hier Flux und Fu Au Alter Vater Was brauchst du denn dafür? Oh Gott Achso Holla Ja damit kannst du auch fliegen Die braucht 50 Millionen Aber du glaubst ey 50 Millionen Ich hab immer noch nicht die Hälfte Das ist krass Ah ich hab ne E-Mail von dem Typen von Von Ja Wie heißt da diese Dieser Wimmelbild Schmiede da in Polen Artfax Monday Ja Von dem bekomm ich ständig E-Mails Beta Einladung oder wie? Ja so Sachen Mhm Krieg ich auch Gieß Verrückt Find ich aber gut Ja Nehm dir immer meine Freundin spielt das dann Ja Du spielst auch gerne solche Spiele von denen Ja die sind wirklich nicht schlecht Das einzige was ich halt ein bisschen doof finde ist die Übersetzung Die Deutschen Manchmal ist die echt scheiße ja Die ist echt schlecht manchmal Aber die werden immer besser Hm Du hast du recht Oh ja man kann auch eine ganze Folge einfach so ein Ding zu gucken wie er hoch geht ne Ja kann man auch Ja erzähl mal was interessantes Was erzähl mal von dem Trip Der am Freitag ansteht An dem Trip der am Freitag ansteht Na ich Na du kommst ja dann Ja Da hole ich dich ja vom Bahnhof ab Boah mach keinen Scheiß Doch Hast du ein Auto? Nein Boah wir lieber hast doch kein Auto ey Ne ist ja gut ey ich fahr keinen Dann äh Hab mich schon gefreut auf einen dicken AMG und so Brumm 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 Dann bringe ich dich in dein Hotel Ja Und dann verpisse ich mich wieder Ja tschüss Genau Mach ich was mit Dark Hunter oder so Ja genau Gerade mit dem weißt du Mit Darkie genau Ähm Ja nö keine Ahnung Und dann Du wirst wahrscheinlich Hunger haben und ein bisschen Durst Ja ein bisschen Nehm ich mal an Also wahrscheinlich mehr Hunger als Durst What Ich denke schon bei 11 Stunden im Bus Ja schon klar Aber Berliner Luft ist auch da ne Weißt du Achso ja ist klar Logisch Und wann geht eigentlich der eventuell geplante Ne weißt du was los Ähm keine Ahnung Amstags Freitags Ne weiß ich nicht Freitag wirst du wahrscheinlich ziemlich im Arsch sein oder Wenn du hier ankommst nach 11 Stunden Fahrt Ich schlafe doch die Halbzeit Achso na dann Mir ist das egal Wir können uns hier schön die Birne wegschießen Und dann noch ein bisschen streamen Ähm Nein Dann bekomme ich gar nichts mehr hin ja Genau ihr habt ja eben vielleicht mitbekommen wir überlegen ein bisschen zu streamen Irgendwie mal gucken was und wie und wann Ja genau Eventuell mit Gast da B B Mit Herrn B aus B Ja Tatsache der ist aus B In der Nähe von K Aber der hat Der muss arbeiten hat er gesagt Wandern Freitags Äh in der Wochenende Nachtschicht oder Ne da mit Catering und so Achso stimmt Mh 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 Gut Müssen wir mal gucken ne Schauen wir mal genau Freitags ist noch Friendly Fire übrigens Hab ich ganz vergessen Achso na mega können wir auch gucken Dann komm ich endlich mal dazu es auch zu gucken Dann also gucken und Berliner Luft inhalieren Ja natürlich Das können wir machen Mit äh ja Betonung auf inhalieren Auf inhalieren genau Eine Flasche dürfte aber reichen für den Anfang oder Ja klar Brutal Alter Na was denn er hat doch nur 8 Wie viel hat der 8 20 18 Keine Ahnung Genug für mich Genug für dich Genug für dich Achso wir sind bei 1,6 Millionen Ja Ach du guckst mir auch zu Ja Ich will du klaust mir das nachher Ach wir haben das gleich Den gleichen Bildschirm die ganze Zeit Ich dachte du machst irgendwas Sinnvolles Nein nein ich bin Hab mir noch grad was zu futtern geholt Und bin dann einmal und guck jetzt hier grad in den Wunderschönen Sonnenauf oder Untergang Achso Und mit unseren tausend Tieren die wir hier haben Wahnsinn ne Schöne kleine Farm Ist echt gut dass wir das Ding erweitert haben Auf jeden Fall Und weißt du was wir als nächstes bauen können Mit unseren Jetpacks zusammen Da können wir nämlich mal so eine richtig schöne Monsterfalle bauen Ah ja so eine Todesfalle Genau so in den Todsturzfalle Ja Das wär gut Das wär richtig gut Hab immer noch keine SMS bekommen von denen ey Langsam also hu Huha So was Ich dachte eigentlich man kann Wie war dann das hier Wie heißen denn die Batterien hier Äh Battery Hier Hardened Energy Cell Ich dachte mit diesen Energy Cells Kannst du Energie speichern Aber Ja nix aber Ich weiß halt nicht Weil dann das halt da zum Beispiel Dass die halt da Energie Also sprich der Die Verbraucher hier die Energie Oder was heißt Verbraucher Sondern eben da wo wir Energie erzeugen Dass die das in die Batterie pumpen Und von der Batterie geht's dann In ähm Die Abnehmer Okay Voll Dein Jetpack ist voll Habe ich mitgenommen Yeah Jetzt Wie benutze ich das Du musst es anlegen An deine Brustplatte Genau Sehr geil So und jetzt musst du gucken wie du den Hover Mode ankriegst Vorsicht Vorsicht Genau Also du musst gucken es gibt so ein Hover Mode Alter ich hab die Kartoffeln alle weggelagert Warte ich hab hier noch welche falls du jetzt richtig Hunger hast Ja ich hab schon Hunger Ist gut Oh der benutzt ja Berührt den Mund ja gar nicht Was für ein Faker ey Was für ein scheiß Faker Absolut wa So wie bekomme ich jetzt den Hover Mode an Ja Das sieht so bescheuert aus Boah Ich hab hier schon 5000 verbraucht Alter Jaja Das Ding Das zieht halt ordentlich Hover Mode Kein Plan wie es geht Aber ich hab schon mal eins Ihr verfickten Kühe Boah Na guck dir ihr Bastarde Also wir können jetzt übrigens auch noch weiter machen Wir müssen ja jetzt nicht aufhören oder? Ne klar Ne wieso Dann machen wir zwei Stunden oder? Ach ja Ach was steht denn da oben? Jetpack Fuel 100% Engine Hover Ja du musst mal gucken Also vielleicht in deinen Tastenbelegungen Ich weiß es nicht Problem ist da steht halt genau da wo bei mir die Frames grad laufen Meine Achso Video FPS Und Rack FPS Da steht grad Statussachen zum Ich verstehe Jetpack Ähm Lego maybe Äh Redstone Energy Cell Options Controls Da 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 Mhm Mhm Journey Map Michelin Haben wir noch Harden Glas? Äh ja Wo? Ja gib mal bitte Aber nur zwei Stück Ja macht nix Was willst du denn bauen? Ich will nur so Redstone Energy Flugs sagt Hab ich noch zwei aufgeladen Äh vier aufgeladene Was? Ne ich will ein Redstone Energy Cell Frame bauen Mach doch was du willst Mach ich auch So jetzt lass mich mal weiter gucken hier Ja mach doch mal Attack des Trois Muss ich alles wieder durchgehen Ja Suchen einfach Activate Hover Harness Nein du musst mal gucken in deinen In deinen Key Bindings Seiner Tastenbelegung Da kann es durchaus sein dass die ähm 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 Na sag schon Dass du Dass diese Hover Mode mit irgendwas anderem belegt ist oder eben gar nicht belegt ist Okay Okay Was hier ist schon mit was anderem belegt Wie ist der? Jetzt Uh Hover Mode Hast du noch Elektrum? Hover Mode Enabled Ah ja Ah ja Guck mal Ja genau cool So und diese Und das ist nämlich das entscheidende zwischen diesen Jetpacks Bei diesem ganz billigen Jetpack Bei dem ersten zum Beispiel Da hast du überhaupt Der der hält dich halt nicht richtig in der Luft Da sinkst du ziemlich schnell Ja Und jetzt ne Bei dem geht es schon ein bisschen Ähm Elektrum hast du noch oder hast du nicht mehr? Hab ich alles wieder zurückgelagert Echt? Ja alles wieder zurückgelagert Geiler Scheiß Hab ich alles gemacht Du bist richtig nice So Er muss ja Einer muss ja machen Einer muss ja ne So Jetzt haben wir die hier Jetzt brauche ich noch Redstone Guck ich mal wo man richtig geile Waffen herbekommt Gibt es auch hier ne Bazooka oder so? Ne ne Bazoo Ne es gibt irgendwie so diese ganzen Energy Bazooka fuck Ohne Scheiß Boom steht da einfach nur Boom Achimages Blood Orb Ach da gibt es auch diese Blutsachen gell Ja die müssen wir glaube ich nachher auch noch so ein bisschen Äh Nehmen wir mal ein Schwert Oder ein Rifle Gibt es ne Rifle? Ich glaube da gibt es später auch noch ziemlich blöde Quests Quests Questserien damit Ah Raspberry Trifle Haha Mist AK-47 ne Gibt es nicht Dann halt ein Schwert Beste Schwert Er war Es ist wie eine weite Nudel Es kann nur für Krafting Ja genau Da 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 Irgendwann ist egal Wann kommt denn da rein Junge? Ja 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 Ja